ist hallo und herzlich willkommen wieder auf dem zirkel dieser war wo sonst wieder nach die musik diesmal ein bisschen leiser weil die letzten mal ziemlich laut war einbinden und da nimmt gerade um jahren auf ähm slash es geht schon hier hatten wir die schon keine ahnung ne bald wird es wahrscheinlich auch hunger games videos wieder mit anderen geben mal gucken so ranzoomen lalala lalala gut dann habe ich schon einen im team ach mach ich mal es gewohnt gut so perfekt kaum mache ich ich bin halt wir fangen hier schon wieder mit selbst noch an 3 4 3 2 1 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 erst mal weg hier die sind alle schon so aus als wissen sie genau wo es ist 8 8 das ist natürlich super 8 8 9 10 9 10 10 11 12 11 12 13 14 15 15 15 Ha! Steinschwert! War in der Mitte ein Verzerrungstisch? Ok, der rennt weg, meinetwegen. Soll er halt weg! Ich renne noch mal zum Sorgen und schaue, ob da ein Verzerrungstisch gibt. Weil mit 18, ja, ich will ja nix sagen, aber... Woop! Autsch! Komm, hier muss doch irgendwo ein Verzerrungstisch sein! Oh, oh, oh! Ok, die hat doch schon jemand. Da ist jemand unterirdisch. Ich hab das Gefühl, er ist so hingekommen. Ah, da ist wieder der... Schön nach oben. Toll, ich falle inzwischen rein. Hier. Raus! Ich will langsam mal jemand töten. Ist da nicht irgendwo jemand? Und... Ok, rennen weg. So... Kicked for ploppelbomb minutes. Die... Ich hole mir erst die Kuh. Wow! Scheiße! Das war so klar. Super. Äh, was war denn? 14. 14? Ah, ich komm rein! 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Lasst mich hier weg. Toll, jetzt habe ich mich eingesperrt. Na. Toll, das läuft super. Jetzt ist er eingesperrt. Wenigstens habe ich nur niemand eingesperrt. Schlossen, das war... Das war es wert. 7. Oh, die habe ich bei irgendjemandem gesehen, habe ich so das Gefühl. Ah, ja, ja, genau, ich war schon bei wem. Dann lasse ich wieder mein Machtwort sprechen. Es geht, vote. Ah, da wurde gerade der gekillt, den ich eingesperrt. Schlossen habe. Game starte ich in 20 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toll. Toll. Schnell hier hoch. Ich hoffe, ich finde da irgendwas. Ja, da ist doch was. Alter, gib die scheiß Karotte her. Ich habe irgendwie so das Gefühl, da unten im See ist auch mal was. Na, komm. Bitte, nein. Schade. Hier gibt es auf jeden Fall Pilze. Mal gucken, ob ich hier irgendwas gut ist. Einfach mal durchrennen. Nein, nein, nein. Da. Hatte ich ja verstanden.